Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Christian der Auswanderlux und im heutigen Video stelle ich euch 8 Schweizer Snacks plus einen deutschen Bonussnack vor. Fangen wir mal direkt an. Das erste Produkt, was ich mir rausgesucht habe, ist Toblerone. Kennt wahrscheinlich jedes Kind in Deutschland. Ich wurde aber letztes Mal kritisiert, als ich das Video hochgeladen habe, wo es darum ging, einfach mal Schweizer Produkte vorzustellen. Da habe ich welche rausgesucht, wo ich gedacht habe, die sind in Deutschland nicht so bekannt. Deswegen habe ich Toblerone dann auch rausgelassen. Jetzt einfach mal drin, auf allgemeinen Wunsch ist es ja nicht, aber manche haben es sich gewünscht. Jetzt ist es drin, hier schön mit dem Schweizer Kreuz, das ist so eine Sondereditionspackung. Und was ist Toblerone überhaupt? Ich mache die auch gleich nochmal auf, oder beziehungsweise ich habe hier eine offene Packung in der Toblerone. Toblerone besteht hauptsächlich aus Schweizer Milchschokolade und da drin sind dann noch Honig- und Mandelnugatstücke. Die meisten werden es eh kennen, denke ich mal. Und jetzt habe ich hier mal eine Packung, da können wir die mal direkt mal, also so eine kleine, die kennt man auch meistens aus Deutschland hier. So eine Standardpackung, denke ich mal, wie viele Gramm sind das? 100 Gramm. Und dann kann man dann hier erkennen, hier sieht man dann diese Dreiecke, eine lustige Geschichte. In Großbritannien war es wohl mal so, dass da welche verkauft wurden, wo dann irgendwie ein Zacken ausgelassen wurde. Dann waren es dann keine 100 Gramm mehr, dann konnte man die halt günstiger verkaufen oder mit einer höheren Gewinnmarge verkaufen. Wurde Toblerone oder der Mutterkonzern Mondelez, das ist mittlerweile nämlich in US-amerikanischer Hand, wurde daraufhin kritisiert. Was viele auf der Verpackung vielleicht schon entdeckt haben, ist hier dieser Berg, der hier abgebildet ist. Das ist der Schweizer Berg Matterhorn, also das Matterhorn. Und was vielleicht noch nicht so viele entdeckt haben, ist, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, ich halte das mal jetzt in den Fokus, aufpassen, dass das nicht blendet. Ich hoffe, man kann es erkennen, wenn wir mal so wegducken. Genau, da ist der Bär drauf, das soll der Berner Bär sein, das ist das Wappentier vom Kanton Bern und auch von der Stadt Bern. Als zweiten Snack habe ich mir die Basler Leckerli rausgesucht. Hier sind sie, das ist die Marke Leckerlihus, die gibt es aber auch von anderen Herstellern. Die werden auch nicht zwangsläufig in Basel oder müssen nicht zwangsläufig in Basel hergestellt werden. Das ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung, sondern die werden auch woanders in der Schweiz hergestellt. Das grundsätzliche Produkt ist eigentlich, man kann es hier gut erkennen, ist Lebkuchen oder ein Lebkuchenartiger Teig. Und da ist so eine Zuckerglasur drauf. Sind recht lecker, wie der Name schon sagt, deswegen heißt es eine Basler Leckerli. Als dritten Snack habe ich mir ein paar Kekse rausgesucht. In der Schweiz sagt man übrigens nicht Keks, sondern Kurzli, nur mal so nebenbei. Und das ist wirklich mein absoluter Favorit, was Kurzli angeht in der Schweiz. Das sind die hier von der Marke Kambli. Das sind Matterhorn, also das Produkt selber. Also die Marke heißt Kambli und das Produkt heißt Matterhorn. Man sieht, Matterhorn ist überall in der Schweiz zu sehen und anzutreffen, sogar in den Kurzli. Da ist er abgebildet. Und so sehen die Kekse aus. Das ist so ein Butterkeks und da drauf ist so eine Schokoladenmasse. Da sind auch so Honig-Nougat-Stückchen mit drin. Das ist wirklich mega fein. Deswegen habe ich auch Toblerone so gern und halt diese Kekse auch. Wegen diesen kleinen weißen Honig-Nougat-Stückchen. Das ist wirklich mega fein. Und das sind schon so Premium-Kekse. Also da kostet eine Packung 4 Franken knapp, wenn sie nicht gerade im Angebot sind. Bei uns gibt es sie dann immer, wenn Gäste kommen. Und dann trinken wir einen Kaffee und dann gibt es dann halt diese leckeren, feinen Gurzlis hier auf den Tisch. Als vierten Snack habe ich Ragusa mir rausgesucht. Ragusa, das ist eine Nougat-Masse gefüllt, man sieht es hier, mit ganzen Haselnüssen und umhüllt mit Milchschokolade. Und die Story, wie es dazu kam, dass das überhaupt hergestellt wurde, die ist wirklich sehr interessant. Das war nämlich 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz hatte damals Probleme, Kakao zu importieren, womit sie kein Problem hatten. Das war der Haselnüsse-Import aus der damals neutralen Türkei. Und dann haben sie sich halt gedacht, ja, Kakao haben wir nicht so viel, müssen wir sparen. Dann machen wir einfach eine Nougat-Masse, packen da ein paar Haselnüsse rein und umhüllen das mit Schokolade. Und ja, war dann anscheinend ein Verkaufsschlager. Wird auch seitdem nach gleicher Rezeptur hergestellt. Also diese Version, die gibt es in verschiedenen Versionen, aber diese Version, das ist die Klassik. Und die wird seit 1942 unverändert so hergestellt. Und jetzt kommt das deutsche Bonusprodukt. Das kennen vielleicht manche aus Deutschland, manche vielleicht auch nicht. Schoka-Cola. Schoka-Cola gibt es immer noch zu kaufen, aber mehr so, ich weiß nicht, kriegt man, ja, ich habe es mal im Edeka gesehen und auch mal im Kaufland. Gibt es jetzt nicht überall und viele kennen es vielleicht auch gar nicht mehr. Auch mal, vielleicht kennen es manche wirklich nur aus dem Film, aus dem Kriegsfilm oder so. Schoka-Cola, das ist so, steht oben drüber noch Koffeinschokolade, also Zartbitterschokolade und ist anscheinend noch Koffein drin. Schmeckt halt wie Zartbitterschokolade, ist nicht gerade was für Kinder. Hat aber so eine coole Metallbox, die man so öffnen kann. In der hat man hier so eine Druckstelle, zack, dann geht sie auf. Wird auch seitdem unverändert hergestellt, also von der Rezeptur her. Wird auch Fliegerschokolade genannt, nicht zu verwechseln mit Panzerschokolade. Panzerschokolade, das war Methamphetamin damals im Zweiten Weltkrieg oder heute besser bekannt als Crystal Mass, aber das ist ja was ganz anderes. Als fünften Snack habe ich mir diese Torinos hier rausgesucht. Ist auch von Camille Bloch, vom gleichen Hersteller wie Ragusa. Habe ich persönlich noch nicht gegessen, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ist eine Haselnuss- und Mandelcreme-Füllung, muss mega fein sein. Dann hat mir auch mal einer in die Kommentare reingeschrieben, dass das mega fein ist, das Torino. Und ja, werde ich dann auch in den nächsten Tagen mal probieren. Als sechsten Snack habe ich mir ein Getränk rausgesucht, nämlich Eistee. Das ist aber nicht irgendein Eistee, sondern das ist Kult-Eistee der Migro-Gruppe. Wird hergestellt seit 1984. Kennt auch jedes Kind in der Schweiz. Meine Frau hat den auch mega gern. Den gibt es dann in zwei Varianten. Einmal hier in dieser klassischen Variante und dann gibt es noch so eine Light-Variante. Die gibt es auch noch in anderen Geschmacksrichtungen, das ist dann auch kein Problem. Gibt es sogar als Pulver und so. Mit 30 Litern pro Kopf sind die Schweizer sogar Weltmeister im Verzehr von Eistee. Und ich merke es auch immer, wenn ich mit Kollegen rausgehe, also Grüße gehen raus an den lieben Paddy. Wenn wir dann mal zu McDonalds gehen, dann nimmt er immer den Eistee und ich nehme immer die Cola. Da unterscheiden wir uns wahrscheinlich auch dann die Schweizer und die Deutschen. Dass die Schweizer eher auf Eistee stehen und die Deutschen dann lieber mal eine Cola trinken. Als siebten Snack habe ich mir Schokolade rausgesucht. Diesmal klassische Milchschokolade in der Tafel. 100 Gramm Tafel. Einmal von Kalle und einmal von Frey. Frey, das ist eine Eigenmarke von der Migro-Gruppe. Kalle gehört zum Nestle-Konzern. Und das ist mein Favorit, was so Milchschokolade angeht. Und das ist der meiner Frau, deswegen habe ich die auch beide mal ausgesucht. Gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht zu kaufen. Beziehungsweise, Frey exportiert auch viel, aber natürlich dann nicht unter ihrem eigenen Namen. Wer weiß, manche Schokolade, die ihr in Deutschland kauft oder in Swiss-Made draufsteht, das ist dann vielleicht von Frey. Last but not least, als achten und letzten Snack. Da haben wahrscheinlich viele drauf gewartet. Die Zweifel-Pom-Chips oder in der Schweiz sagt man nicht Zweifel, sondern Zwiefel, wenn man Mundart spricht. Die sind absoluter Marktherrscher, was so Chips und Snacks angeht in der Schweiz. Mit 55% Marktanteil und haben einen ähnlichen Status wie die Funny-Fresh-Chips, die wir in Deutschland kennen. Also ich muss sagen, da überzeugt mich das Schweizer Produkt nicht so. Da habe ich schon lieber die Funny-Fresh-Chips, obwohl das auch ein sehr gutes Produkt ist. Welches Produkt mich wirklich überzeugt, von Zweifel, das sind diese hier. Die Corn-Chips, die gibt es leider gar nicht mehr so häufig zu kaufen. Zumindest habe ich die in einigen Grobfilialen in letzter Zeit vermisst. Migros hat die noch im Angebot. Das sind so Tortilla-Chips und haben so eine, da steht drauf Originalwürzung. Ich kann es gar nicht beschreiben, was da oder wonach es schmeckt. Wir hatten mal Freunde zu Besuch, die waren mit den Kindern da und die Kinder haben dann gesagt, ja das schmeckt irgendwie wie Käse. Aber ich finde, das schmeckt nicht irgendwie wie Käse. Ich kann es gar nicht beschreiben, müsst ihr selber probieren. Es gibt die vielleicht sogar im Online-Shop zu kaufen. Müsst ihr mal schauen, wenn euch das interessiert. In Deutschland gibt es ja auch Online-Shops, die Schweizer Produkte vertreiben. Vielleicht findet ihr die und vielleicht habt ihr mal Lust, die zu probieren. Das waren schon die 8 Schweizer Snacks und der deutsche Bonus-Snack. Wenn jetzt was gefehlt hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.